Wir sagen Nein zu Roller sind schwul. Yo Leute, was geht ab? MotoVlo ist wieder back am Start mit einem neuen Video. Hier seht ihr natürlich eine schöne Yamaha MBK Booster. Und diese bauen wir auf für Quirly mit neuem Setup. Alles neu, Verkleidung wird komplett neu gemacht. Und jetzt zeigen wir euch mehr. Gut, ich erzähle euch jetzt ein paar Details von Quirly, seinem Scooter. Um euch einfach mal ein bisschen zu zeigen, was wir daran jetzt vorhaben und was nicht. Und zwar haben wir gerade einen Motor drin, der aufgespindelt ist, mit Minarelli stehen. Und wir haben da gerade eine HPC 2-Stage-Six-Kurbewelle drin. Verstärkt, die kommt raus. Einen 70 Kubik DAE haben wir verbaut, der kommt auch raus. Der Motor wird komplett neu gemacht. Da kommt eine Stage-Six-Pro-Replika-Kurbewelle rein, die du 12.000 drehen kannst. Da kommt ein 70 Kubik Street Race drauf, der bis 10 dreht. Und die Kurbewelle kann bis 12. Also ist das alles in Ordnung. Dann kommt da noch eine Kupplung von Stage-Six rein. Eine Sport Pro. Genau wie die Ware, auch eine Stage-Six Sport Pro. Riemenscheibe kommt eine von Motofoss oder Stage-Six rein, verstärkt. Dann Luftfilter machen wir wahrscheinlich Ori oder einen Sportluftfilter, denke ich mal. Ja, was haben wir noch vor? Die Membrane wird eine Motofoss sein. Glasfaser. Ein 21er Vergaser kommt drauf. Makel wissen wir noch nicht. Mal gucken, wir haben ja so China-Dinger. Die sind eigentlich echt gut. Ja, das darf nicht zu viel Leistung sein für Quirly. Quirly hat gesagt, er will damit nicht totfahren. Kann ich verstehen. Er will damit wahrscheinlich auch Wheaties machen. Wir werden den Motor auf Scheibenbremse hinten umbauen lassen. Mit im Projekt ist auch Lilo Scooter Performance. Danke an der Stelle. Der Sand strahlt den Motor und baut das auf Scheibenbremse um. Schweißt das alles und so. Vielleicht macht er auch noch die Überströmer am Motor. Weiß ich nicht, müssen wir noch absprechen. Vielleicht kommt noch ein Overrange-Kit rein. Man weiß es nicht. Müssen wir gucken. Ja, das haben wir noch so zum Motor. In Rotorzündung denke ich jetzt mal eher weniger. Das macht halt keinen Sinn bei den 70er Street Race. Und ja, würde ich sagen, Flo erzählt euch jetzt den Rest von der Karre. Ab dafür. Okay, ich erzähle euch jetzt den Rest, was wir so vorhaben. Verkleidung mäßig und hast du nicht gesehen. Verkleidung werden wir von Straight holen. Das ist richtig. Straight. Komplett in Schwarz, denke ich mal. Dann wird da ein Dekor drauf kommen vom Grenzgänger. Fertig, Quirly an. Die Lenkeraufnahme werden wir von Doppler holen. Eine 4-Punkt, weil 2-Punkt weiß ich nicht. Ist halt nichts Vernünftiges. Die Armaturen werden wir auch neu holen, damit es einfach neu ist. Ein Sitzbankbezug kommt natürlich auch ein neuer drauf. Das wollen wir so nicht lassen. Bei der Wheelie-Bar müssen wir hier hinten noch abflexen, damit du hier auch schön deinen Fuß reinstellen kannst. Stell mal Schaufi. Ja, man sieht schon was vor allem. Auspuff hattest du nicht erwähnt, ne? Ne. Auspuff kommt ein Stage 6 MK2 drauf, der neue, den die rausgebracht haben. Und vorne natürlich auf Aerox-Gabel wird umgebaut und Aerox-Felge. Ich denke mal auch eine Oversize-Bremsscheibe, oder? Ja. Schon drin, ne? Ja. Hinten hat Stefan eben auch schon erzählt. Wird der Motor auf Scheinbremse umgebaut. Dementsprechend kommt natürlich hinten auch eine Aerox-Felge rein. Scheinwerfer, wollt ihr Licht haben? Muss nicht zwingend sein. Muss nicht zwingend sein. Wir werden uns was einfallen lassen. Vielleicht bauen wir einen Scheinwerfer ein. Vielleicht bauen wir einfach nur eine Platte ein und machen da Angel Eyes oder sowas dran. Keine Ahnung, wissen wir noch nicht. Hinten werden wir ein Federbein von YSS einbauen mit Höherlegungssatz. Weil Curly ist ja auch ein Riese, ne? Braucht ein bisschen höheres Moped. Und wahrscheinlich auch einen breiten Lenker. Werden wir nochmal fragen, ob er lieber einen schmalen oder einen breiten Lenker haben möchte. Wahrscheinlich eher einen breiten, weil es angenehmer mit den Knien ist. Ja. Ansonsten haben wir eigentlich alles erzählt, ne? Ja, ich würde sagen, jetzt blenden wir nochmal ein paar Details von dem Scoot ein. Genau. Wie der jetzt ausschaut. Würde ich auch sagen. Gut. Dann würde ich sagen, dann warst du erstmal mit dem Video, ne? Genau. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es dann an den Roller geht, ne? Hi, da kann man. Das ist so wack. eigentlich. Ja. Dann fangt mal an, ne? Ja, Moment. Oder wir sagen, nein, to run as a tool. Oder gay oder irgendwie sowas. Irgendwas fällt uns schon ein. Das kommt eh so heraus, weißt du? Bei dir auf jeden Fall. Ja, bei mir musst du 10 mal schneiden. Das Ding sieht so ranzig aus. Safe, der schreibt dir erstmal, was ist das für ein ranziger Roller? Wer? Curly. Der weiß ja wieder, was sieht. Achso. Du mich auch? Ach, Gott. Ja, film mal so dahin. Ja, das ist in Ordnung. Du musst vorm Vorderrad, ich fliege auf dem Rad. Warte. Nein, so. So, so. Mach dir nicht vor deinem Helm, dann so. 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 Mach, mach weiter runter. So. 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 Unterarme, nicht, nicht knöcheln. So. Ja. Was sagen wir? Die sagen nein zu Roller sind schwul. Okay. Was? Bist am Film? Ja. Okay. Drei, zwei, eins. Wir sagen nein zu Roller sind schwul. Simson Content bei Curly. Nein. Ich sage nein zu 50 Kubik Roller. Ja. Aber wie macht man den Sprung? Zeig nochmal. So. So. R-Rocks mit 80. Ich fahre schnell, das ist Absicht. Und wenn mein Kennzeichen abbricht, dann ist das, ich's wär mit Hufflitz. Guck in die Ferne, es sehe Cops. Breiter Lenker wie The Rock. Alle wach in meinem Block. Nur noch Tuning in meinem Kopf. Sitz auf, na R-Rocks mit 80. Ich fahre schnell, das ist Absicht. Und wenn mein Kennzeichen abbricht, dann ist das, ich's wär mit Hufflitz. Guck in die Ferne, es sehe Cops. Auspuff läuft wie Hard Rock. Boss auf Insta. Nicht TikTok. Wie du gay wie Arschroll mit Achtung. Achtung. Wir kommen Miep, Miep. Alles Heavy Tune. Fette Teile.